Hallihallo, der Beutel hier. Heute mal ein kleiner Infoclip. Ihr hört es schon, es geht um meine Erkältung. Ich kann heute leider kein Conan-Content bringen, kein Remnant-Content bringen. Mich hat es völlig erwischt. Ich bin stark erkältet. Ich habe eine Männerkrippe. Hurschbar, sage ich euch. Jedenfalls wollte ich euch noch mitteilen, dass heute nichts vom Conan kommt, nichts vom Remnant, sorry, aber ich fühle mich hundeelend. Ja, ich werde mich jetzt noch mal ins Bett legen. Dann trinke ich heute Abend ein warmes Bierchen und hoffe, dass ich den Ancestors Livestream hinbekomme mit euch zusammen. Und ab morgen geht es dann wieder ganz normal weiter. Und ja, bitte nehmt es mir nicht übel, aber heute geht mal gar nicht. Ich danke euch für euer Verständnis. Bis dahin. Ciao, ciao.